Guten Morgen Frau Meier, Frau Meier, ich bin Flieger Mustafa, jetzt ist 8 Uhr, wir haben Frühstückszeit. Frau Meier, guten Morgen, gucken Sie, das Wetter, es regnet heute, wir haben jetzt 8 Uhr, ja, Frühstückszeit, ins Tagsraum, da draußen, wollen Sie mitkommen, Frühstücken, wir haben, Machen Sie, mögen Sie, schön, jetzt haben wir Frühstückzeit, nicht, Frühstücken, wollen Sie, schön, mal mal Lade, Kaffee mit Brötchen, nicht, was gibt es zu essen, mal mal Lade mit Brötchen und Kaffee, mit Milch, nicht, Sie trinken immer Kaffee mit Milch, nicht, haben wir Neuerdings ohne Milch, nicht, okay, go on.